Hallihallo, heute ein kleiner Tipp, ein kleiner Tipp für Leute, die so wie ich im Urlaub waren, so wie ich hier Urlaubsfoto. Nun, wie ihr bereits mitgekriegt habt, war ich da im Urlaub und hatte nur mein Android dabei und meine Roaming Flatrate bzw. mein Roaming war bereits erschöpft und ich wollte schöne Bilder, schöne Bilder, habe ich hier gemacht, schön am Strand, wollte ich dann doch mal mitteilen den Daheimgebliebenen und jetzt hatte ich natürlich nicht mehr so viel Kapazität. Der hatte ich nicht mehr, Hallihallo, frohes Neues übrigens. Und da habe ich natürlich geguckt, da gibt es irgendeine App, ob es das beste App ist, weiß ich nicht. Aber ich habe eine App gefunden, die Bilder deutlich zu verkleinern, deutlich zu verkleinern. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn ihr ein Bild habt, hängt ja ein E-Mail an, dann kommt sowieso 100%, 70%, 30% oder so. Aber das reicht dann noch nicht. Wenn ich ein 2,5 MB großes Bild habe, eine hohe Auflösung, wie es die schönen, modernen Kameras haben, dann sind 250 mit 10% immer noch verdammt viel und viel zu viel. Da habe ich geguckt, was gibt es da so. Da sah ich aus der Insel, wobei eine Verdrückung. Dann habe ich gefunden, zum Beispiel das hier. Es mag noch andere geben, könnt ihr mal kommentieren. Image-Schrink-Light. Image-Schrink-Light. Light ist ein Hinweis drauf, es gibt auch eine Pro-Version. Der Unterschied ist, Pro-Version kann man mehrere Bilder gleichzeitig reduzieren. Und ich kriege das auch anders hin mit mehreren Bildern. Kriege auch anders hin, das wäre wohl auch ersehend. Sehen wir jetzt mal. Habe ich doch mal, habe ich doch mal, wo habe ich denn, ne? Ich habe da mal, ich habe da mal, Moment, ein Video gemacht. Also, das ist mein Samsung, ne? Note 2 Image-Schrink-Light. Habe ich dann installiert, ne? Und meine eigenen Dateien habe ich hier auch drauf, ne? Jetzt hatte ich da Fotos auf dem Ding und wollte die mal so, ja, per WhatsApp oder so. Ganz kleine Bilder. So, ich spiele das mal ab, währenddessen könnt ihr ja schon mal gucken. Ich habe das gerade mal mit der Handkamera aufgenommen, damit niemand es sieht. Gut, also jetzt habe ich Fotos aufgenommen, ne? In meinen eigenen Teilen finde ich meine eigenen Bilder, die ich gerade so aufgenommen habe. Jetzt zum Beispiel ein paar der letzten vom Flughafen, ne? Bin da mit dem Haribo-Bomber los und da gab es auch normale Flugzeuge. Zwei Bilder wollte ich, ne? Mit Image-Schrink. Senden wir normalerweise dann mit Image-Schrink-Light. Man könnte dann senden direkt per E-Mail. Verkleinere und hier kurz kommt E-Mail. Aber das breche ich dann immer ab, ne? Weil ich kein Schwein bin. Ihr Schwein sein kann Fein sein. Weil ich will ja noch ein zweites. Ich will ja noch ein zweites. Das andere Bild, was da drunter ist, will ich ja auch noch. So, das Ding, ne? Das will ich auch noch. 2,7 MB. Also nochmal das gleiche Spiel. Nochmal Image-Schrink-Light. So, verkleinere. Und jetzt sollte man eigentlich per E-Mail. Aber ich bin ja ein Schwein, ne? Ich bin mal da ja nicht. So, jetzt gehe ich zurück. Ich habe nämlich gefunden. Da gibt es nämlich einen Ordner. Wenn man da zurückgibt, geht auf seine... Alle Dateien. Alle Dateien ist wichtig. Da gibt es auf der SD-Karte dann einen Ordner Image-Schrink. Da landen jetzt in dem Fall die zwei Objekte, die bereits verkleinert sind. Jetzt nur noch 65 KB und 70 KB, ne? Ja, das Flugzeug der Madeira war es. Und der Harry-Bombom war, mit dem ich hinterher geflogen bin. Sehr schön. Die beiden wollte ich dann jetzt zum Beispiel per WhatsApp oder... Immer jetzt kommen die oben, sind wir beide Bilder gleichzeitig per E-Mail. Oder halt per WhatsApp. Oder was auch immer ihr wollt, ne? Und dann geht das mit zwei Bildern, obwohl es die Lite-Version ist, ne? Das ist so ein kleiner Trick, den ich gefunden habe. Da saß ich auf der Insel und war froh, dass ich das hingekriegt habe, weil ich benutze mein Smartphone, sonst gar nicht. Ich habe ja daheim immer schön die PC. So habe ich das gemacht, ne? Ich bin ja ein Fuchs. Also es gibt bestimmt noch kostenlose Apps, die das gleich mit zwei Bildern können. Aber die Dateigröße war schon überzeugend, ne? Wie gesagt, ich hatte nur GPRS-Geschwindigkeit. Und so meine schönen Bilder, zum Beispiel vom Sonnenaufgang in Madeira rüberschicken, ne? So bedeckt war es nicht jeden Tag, ne? Das ist da am Atlantik. Da hat es schon mal so ein bisschen dunkel und dann kommt auch ganz schnell wieder die Sonne durch, wie ihr hier seht. Hinten sieht man schön die Inseln von den Nachbarinseln. War wunderbar, ne? Gesprungen bin ich nicht, ne? Deshalb bin ich doch da, ne? Ich bin doch nicht gesprungen. Ihr werdet mich noch länger aushalten müssen. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Werde auch weiterhin ein paar schöne Hintergrundbilder zeigen. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss.